Wir haben einen erfolgreichen Wahlkampf geführt. Wir haben ein gutes Wahlergebnis. Ich sage Ihnen allerdings auch, es war ein sehr harter Wahlkampf, der sich auf der Straße im Februar und März abgespielt hat. Das Ergebnis hören Sie jetzt zum Teil. Das geht dort nicht nur mir so. Wir haben aber doch ein Ergebnis erreicht, bei dem man wirklich sagen kann, dieser Einsatz, dieser auch körperliche Einsatz hat sich wirklich gelohnt. Wir können heute Folgendes registrieren. Aus bundespolitischer Sicht haben wir zwei Parteien, die klar verloren haben. Das ist CDU und FDP. Beide zusammen haben ein Einbuße von etwa 7 Prozent hinnehmen müssen. In Summe, das hat dazu geführt, dass die FDP jetzt nicht mehr im Landtag vertreten ist und die CDU dann doch innerhalb des Landtages diejenige Partei war mit den größten Verlusten von über 3,5 Prozent. Wir bewerten das schon auch als bundespolitische Auswirkung auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Ansonsten hätte zumindest, lassen Sie mich das ruhig fairerweise mal sagen, ein so schlechtes Abschneiden der FDP in Sachsen-Anhalt sich ließe sich sonst nicht erklären. Wir haben eine Situation, die jetzt einen Landtag erbracht hat, in dem es eigentlich klare politische Mehrheiten gibt. Alle drei Parteien, die Linke, SPD und auch die Grünen sind angetreten mit der Ansage, den gesetzlichen Mindestlohn als politische Förderung auf der Bundesebene deutlich aus der Sicht des Landes nach vorne zu bringen. Alle drei wollen ein Vergabegesetz, um Billiglöhne im Bereich der öffentlichen Aufträge zu vermeiden. Alle drei haben gesagt, dass sie die Fördermittel umstellen wollen, SPD und Grüne allerdings erst ganz am Ende, als sie gemerkt haben, dass das Thema richtig wird, daraufhin, dass man Wirtschaftsfördermittel nur noch dann ausgibt, wenn daraus also wirklich auch tarifgesicherte Arbeitsplätze entstehen. Alle drei haben zumindest im Wahlkampf gesagt, sie wollen für längeres gemeinsames Lernen auf der Landesebene stehen, wobei allerdings bei SPD und Grünen die konsequente Umsetzung dessen, naja, zumindest nicht belegt ist. Alle drei haben gesagt, dass sie für alle Kinder Chancengleichheit organisieren wollen. Und wir haben immerhin ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen bereits von Hartz-IV-Familien aufwachsen in Sachsen-Anhalt. Gerade da geht es zum Beispiel darum, Ganztagsansprüche für alle diese Kinder in den Kindertagesstätten, weil sie eine Bildungseinrichtung sind, zu organisieren. Die einzigen, die es finanziell untersetzt haben, waren allerdings wir. Und wir haben tatsächlich, zumindest so ist die Ansage von SPD und Grünen genauso wie von uns, den Eintritt für einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Nutzung der Atomkraft. Diese Positionen haben, wenn man den Wahlkampfansagen glaubt, eine deutliche Mehrheit in diesem Land. Und unser Ziel wird es sein, diese deutlichen Mehrheiten auch bei einer Regierung abzubilden. Und innerhalb dieser Konstellation stellt die Linke die stärkste Kraft und sagen noch ausdrücklich, die Wähler haben uns eine solche Möglichkeit eröffnet und wir fordern die Sozialdemokraten auf, eine solche Möglichkeit auch zu ergreifen und eine solche Möglichkeit in einer Regierungsbildung auch wahrzunehmen. Das sind vielleicht die Dinge, die aus unserer Sicht heute einen Tag nach der Wahl wichtig sind. Wir wollen nochmal sagen, wir haben tatsächlich im absoluten Stimmenbereich zugelegt bei dieser Landtagswahl. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, unsere Analyse ist, dass die etwas höhere Wahlbeteiligung als bei den letzten Landtagswahlen 2006 tatsächlich dazu geführt hat, dass wir es geschafft haben, die NPD aus diesem Landtag herauszuhalten. Es ist jetzt mit 4,6 Prozent gescheitert, wäre die Wahlbeteiligung nur auf dem Niveau von 2006, hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Wir haben explizit auch nochmal gesagt, Leute, es ist ganz, ganz wichtig wählen zu gehen, es ist ganz, ganz wichtig an die Wahlurne zu gehen. Wir überzeugen den klassischen NPD-Wähler nicht, das sein zu lassen, die NPD zu wählen. Aber wenn ihr an die Wahlurne geht, seid ihr in der Lage mit eurer Stimme die NPD unter 5 Prozent zu drücken. Das ist ein ganz wichtiges Ergebnis. Somit ist ihnen nicht das gelungen, was ihnen leider in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern passiert ist, nämlich die 5-Prozent-Hürde zu überschreiten. Das ist ein Erfolg der Demokratie in diesem Land Sachsen-Anhalt. Auch das ist vielleicht mal wichtig, hier in Berlin zu sagen.